Also, die Regenants, wir müssen dich vom Anfänger-Bord wieder... ...hier hinkriegen. Das wird keine leichte Sache. Das spielt keine Rolle, Dad. Hauptsache, es ist möglich. Du weißt doch, für dich ist alles möglich. Dann legen wir los. Das ist die Stelle. Genau nach dem Tick. Die Wende ist der Knackpunkt. Du musst weiter zurück. Ja, du hast mehr Kontrolle in der Bewegung. Danach habe ich einen Abflug gemacht. Der Ticker war einfach ein kleines Stück zu spät. Ich muss mich also weiter rüber drehen und das Gewicht... Du musst ihn mit deinem Arm hängen. Ja. Alles genau. Hier, das Timing war perfekt. So kommt das hin, du musst es ab jetzt machen. Verstanden?